So Leute, wir sind auf dem Server. Hier sind sogar gerade Leute online. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal zu denen. Ja, einen wunderschönen guten Tag. Ja, hier wird schon ordentlich gebaut. Ja, grüß dich mein Freund. Alles gut bei dir? Ja, perfekt. Perfekt. Ihr seid ja hier schon fleißig am Bauen. Nice. Äh, Discord-Server ist total tabu, oder was? Äh. Ich würde sonst wieder Freunde sehen. Äh, ne, ne, warte. Ich komme gleich. Ich komme gleich. Ja, nice. Nice. Nice, warte, ich komme mal im Discord an. Ja, einen wunderschönen guten Tag. Moin. Hallo. Ja, grüß euch. Ich muss dir aber ehrlich sagen, Mika, ab und zu lag das Server. Ja. Es wird ab und zu Tag, Nacht, ne? Ja. Aber sonst läuft es so wie jetzt gerade wieder Tag, nacht bei mir. Niki, geh auf mein Team-Profil. Und dann, fies das auch, Mika. Ja, ich habe, als ich gerade draufgekommen bin, hatte ich auch schon teilweise Tag, Nacht. Aber, äh, Dingens, Bummens. Ich sage, wir sollten einfach mal restarten. Warum geht der nicht? Der bleibt oben. Okay. Wir wissen auch nicht, warum, aber du kannst schon mal alles hier mal anschauen. Ja, wir haben, wir haben sogar eine Sekte gegründet. Ja, wir sind die, ja, wir sind die, wir sind die, wir sind die, wir sind die, wir sind die Mongolei-Ei. Du darfst auch beitreten, Mika. Ja. Ja, ihr haut ja hier schon richtig auf, Kacke. Ja, ich habe aus, ich glaube, auszusehen, äh, war ich krank heute, auszusehen. Einmal darfst du raten, der das gewollt hat, Mika. Einmal darfst du raten. Ja, sieht auf jeden Fall nett aus. Lässt du also... Bist du der echte? Ich bin, äh, der echte. Was ist das wieder? Also lässt du hier wieder deine Kreativität ein bisschen raus. Das ist ja wie immer, ne? Ich habe hier für eine Nacht gewohnt auf der Couch. Dann hat er mich mit einer Kreissäge verjagt. Ja, man sieht das, ja, man sieht das. Äh, Niki, brauchst du Hilfe? Ja, krass. Der Server ist doch gerade mal 24 Stunden online, Leute. Ich weiß. Man merkt auf jeden Fall, dass wir kein Leben haben, also ich zumindest. Ja, morgens ist auch noch frei, da wird morgen auch wieder ein bisschen was passieren. Alter. Ein Grundstück wäre auf jeden Fall noch frei, wenn noch jemand anzugt. Also ich hätte nämlich noch Platz. Da habe ich den Eingang diesmal ein bisschen anders gemacht. Mega nice. Leur, es geht ja tag, nacht, tag, nacht. Ja, das ist nur ganz... Das ist nur jetzt. Aber wie gesagt, dann kannst du da noch hoch, ne? Dann brauche ich mich mit Zeitreisen da. Mega nice, ich schwa. Sogar hier mit Stalltreppe. Nein, nicht Stalltreppe. Das ist durch... Das ist ein... Das ist ein Balkon, das das Haus stürzt, das mit sich von der Klippe rutscht. Ah. Äh. Ist das gewollt, dass... Das habe auch... Das kam auch von mir. Ich habe jemand mal kurz geholfen mit dem hier. Komm mal kurz mit. Wohin? Ja, komm mal mit hier. Hier hoch da. Äh. Komm, hier. Der Celebratex, der... Ich habe einen Hacken gesehen. Ja, weil ich auch geholfen habe. Hier, guck mal hier. Ah, Moment. Aha. Moin. Ja, Hallöchen. Das kennst du, ne? Ja, ja. Ja, sieh also... Mega nice, muss ich euch mal sagen. Warum der Ding ins hin nicht geht, frage ich mich zwar. Ja, weil, wegen die Legs, er lässt sich da nicht steuern. Mika, wir hätten noch Platz für einen in der Sekte. Ja, wir brauchen euch in der Sekte. Ja, kommt genau. Mika hat Mika und muss dazu können. Da können wir es geben. Da bauen wir eine Dekatur auf. Du kannst auch mal ins Wasser springen, ja? Oh. Nett. Jetzt geht es aber gerade wieder, ne? Jetzt ist eigentlich alles gerade wieder stabil. Ja, aber ich habe eine nette Frage zum Aussehen. Äh, erstmal schönes Reh. Und zweitens, ähm, das finde ich eigentlich weiß. Bin ich schwarz? Ja, du bist ein Mexikaner. Ich bin auch ein Mexikaner. Nein, ich bin der schäppige Mexikaner, der ganz komische. Der Vater. Mit der Brille. Ne, ohne Brille. Ihr seid beide irgendwie Zwillinge. Achso, wir sind dieselben. Wir sind, jetzt heißt sie dieselben, Mika. Piki und Tupac. Ich würde, also, ich würde dir empfehlen, dass Katana nicht durch Mika seinen Bauch, nein, nicht, nicht, also nicht durch uns durch, wie sagt jeder von euch, ein Katana schwer. Ja, ich habe meine Kettensäge gespendet, ich habe keine. Ich habe Angst vor euch. Hast du vielleicht einen Euro übrig? Einen Euro? Ja, einen Euro. Ich habe bestimmt einen Euro für dich. Nicht jetzt, nicht jetzt. Möchtest du auch noch eine Spende, oder wie? Mit deinem hübschen Kleid hier. Wieso eigentlich ein Kleid? Ja, sie sieht, unten ist auf jeden Fall ein Rock. Nein, nein, ich möchte das nicht sehen. Äh. Oh, Mika, also das, also. Kommt hier, ich schenke euch auch noch was Schönes. Was ist das? Ist das eine Flair? Ja, wir machen jetzt zusammen hier Stimmung. Nein, hat er, mir ist auch kein, weh, du bist für Peter, Casey, macht keinen Schaden. Das ist gut. Alter, auf dem Zoll ist es nicht so gut. Ach, ich, oh mein Gott, mir ist so arschgeil, ich kriege Frostschaden. Ehrlich, komm, wir bauen schnell ein Feuer. Ich glaube, hier unten baue ich mein Haus. Hier unten am Strand. Wieso am Strand? Da kommen doch jeden Tag irgendwie wir hier hin. Ja, guck mal, wie schön das hier ist. So ein kleines Stückchen Strändchen, nur für mich alleine. Ja, für dich alleine und, und, ähm, und deine ganzen Nachbarn. Ja, ihr könnt dann runter zur Beach-Party kommen. Hier schwebt ja gerade ein Hase bei mir in der Luft. Ist das normal? Ach, mir ist schon warm. Ja, äh, ich, also, äh. Warten wir doch mal, auf welche kommen. Komm schon, hier leidet ein Bewohner, Gegner, kommt her. Warte, ich packe den mal ein Stück weiter noch hier rüber. Aber du musst aber auch bedenken, ähm, bei so vielen Leuten, müssen mindestens zwei, damit es flüssig läuft. Ach, ich wollte doch den Stein aufheben hier, Mensch. Ja, ja, es ist ja, es ist ja nicht so, dass es laggt. Wer hat hier meine, meine Kugel, meine Hand, wer hat meine Kugel aufgenommen? Ich aus Versehen, ich wollte eigentlich den Stein aufheben. Ja. Und jetzt kann ich das hier nicht mehr hinstellen. Warum kann ich nix? Ja, das geht nicht. Du kannst nur selbst eins, mal eins klicken. Ja, dann heb mal eben den anderen auf. Äh, kann jemand ein Euron geprüft werden? So, jetzt aber. Ah, mein Bein, mein Bein! Voll in den Fuß. Ö, irgendwie hab ich grad volles Verlangen, das Ding einfach mitzunehmen. Was sind sie? Das ist die Sekte! Das ist das Celebratics. Das ist ja auch das Heiligtum von unserer Sekte. Guck her, ich und Niki beten es schon richtig an. Das darfst du keinem zeigen, Nika. Was hast du da? Nika? Nika? Das muss, muss, muss einmal sein. Ah, wieso, dann wieso, dann wieso, ach Gott hier, ich brenne immer noch, es regnet, wieso breche ich? Das war so, kein gewundenes Frissen. Komm schon, hier gibt's, hier, okay, okay. Warte, hier, komm her. Äh. Hey, hinter euch, hinter euch, da ist doch, da ist doch ein, da ist doch ein netter, ein guter. Hier. Nimm mal kurz Medics. Wo ist der, ne, wo ist der, da ist der? Hier hinten. Ah, er brennt eh schon. Boah, ich hab mal baue gerade, bei mir ist es auch gerade nicht so flüssig. Ah, ich brenne, ey. Wieso? Hier, Fruchtkrieger. Was ist, was ist das? Medikamente, ich lebe. Ich, ich darf es auch keinem sagen. Äh, bei mir ist ein Mutant. Ähm, will einer den haben? Ja, ich komm, wo bist du? Ah, ich komm zu dir. Bist du in der Höhle? Oh, äh, äh. Nein, wie gesagt, dort generiert keine Grafik. Ja. Dann gibt es Grafik komplett. Okay. Ich bin auf der Wiese hier. Hier ist so ein, ein ziemlich fettes Vieh, wie, wie, wie so ein Stier, was auf ein Zuh rennt. Ja, ich bin, ah, Cowman. Ich bin auf dem Weg. Wieso lau, äh, wieso bewegen sich eigentlich die Gegner nicht? Ich bin da, ich bin da. Ich möchte einen asozialen Supporter melden, bitte. So, da bin ich. Der folgt ja mit Haarsbrücken. Jo, Cowman, ich sehe ihn. Oh, ein ganz schön dicker. Guck dir mal eine Rüstung an. Wunderschön. Hör auf, mich zu befolgen und dabei, äh, dein Haarsbrücken, das, das packst du auf deine Glatze. Oh, ich brauche. Äh, also jetzt, äh, Mika, also als Supporter, bitte, äh, ich, ähm, ja. Warum macht er denn hier gar nichts? Der stampft hier nur seiner Wege. Ja, doch, der ist super leck. Man kann ihn einfach mit der Axt tun. Easy. Bitte, ähm, bitte helfen Sie mir, ich bin in Gefahr. So. Schau, sein Arsch brennt. Du hast ihn gerostet. Jetzt ist er braun. Oh, ich will die Rüstung. Ich auch. Ich auch. Ey, wo seid ihr? Ich. So. Oh, du brennst. Oh. Celebratex, du tötest alle Mitspieler, weißt du das eigentlich? Äh, kannst du kurz ein Feuer bauen, bitte, bitte, rein dafür. Ja, guck her, guck her, jetzt will, äh, ja, ja, jetzt auf einmal wieder, oh nein, ich hab's nicht gemacht, aber da form ich die ganze Zeit voll mit Kettenfliegen und Haarspray. Moment. Ich hab seinen Kopf, wer hat den Kopf? Er ist wieder despawned, das müsste eigentlich hier irgendwo stehen. Was denn? Oh, ich bin in der Rüstung. Siehle perfect. Was? Da ist er. Nochmal, was? Du hörst den auf den Arsch, dreh dich mal auf. Seht ihr mich? Du hörst den auf den Arsch. Was? Ich seh so gut wie gar nichts. Der hängt da einfach so, so dran. Wo? Lass mal einmal los. Mit deiner Hand, hier, guck mal. Okay, ich dreh euch irgendwie. Ich sag nicht, wie das aussah. Mach ein Foto und schick's mir. Warte, dreh dich einmal. Ey, Leute, warte auf mich und lachte dir. Den hängt einfach an deinem Arsch. Und in der Hand hältst du einfach gar nichts. Mit dem Stock. Oh, es wird, oh, da unten ist ein Gegner. Ja, ich komme. Ich seh gar nicht. Der hängt so viel aus. Ich hab, äh, und den Pfeil, den behalte ich. Hauptsache, er ist tot. Er hängt hier noch. Oh, jetzt ist er tot. Ja. Sehr noch gesatz. Oh! Au! Au, verdammte Scheiße. Ich dachte, du rennst weg, Mann. Bin ich doch auch. Ja, ich hab's nicht so gut. Du standest genau neben der Leiche. Oh mein Gott, was habt ihr mit dem Kannibaren gemacht? Du sollst doch keine Arme mit Beinen und Kopf mehr. Ja, einen wunderschönen guten Tag an dich, Let's German Samuel. Ja, hallo, guten Tag. Grüß dich, rüste dich aus und such dir einen schönen Platz. Ja, vielen Dank. Mika, Hallöchen nochmal. Ich hab dir eine neue, ich hab dir eine neue Erwerbung zukommen lassen. Ja, ich guck gleich. Ja, wenn du, wenn du Gameplay eingibst, kommt direkt ganz oben Gameplay und dann so in eckigen Klammern.de. Ähm, nee, 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 kommt bei mir als erstes. Äh. Ich hab, äh, bei mir steht Gameplay, aber da, das Antioch hier wirklich zustande kommt, also ich sehe keine zwei, ähm, ich sehe keine zwei, ähm, überkreuzt Maschinengewehr. Okay, danke.